Ich habe gelogen am ersten Tag. Ich wollte trainieren, um draußen gegen jemanden zu kämpfen. Soll das eine Entschuldigung sein? Naja, ich... Ich habe gelogen, weil ich den Kerl verprügeln wollte, der mich verprügelt hat. Dieser Kerl hat... ...hat das perfekte Leben, das perfekte Auto, die perfekte Freundin. Und ich habe gelogen, weil ich wütend war. Weil ich andauernd nur wütend bin. Ich... 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 Ich...